Ein allerletztes Mal vor der Landtagswahl in Sachsen an diesem Sonntag will ich mit euch auf den aktuellen Stand der Umfrageergebnisse blicken. Der Stand der Dinge für dieses Video ist tatsächlich auch tagesaktuell. Das heißt, der Stand der Dinge ist der heutige Mittwoch, der 28. August 2024. Und für dieses Video von Bedeutung sind fünf Umfrageergebnisse, die ihr hier auf dieser Folie sehen könnt. Und manche Ergebnisse habe ich schon vorgestellt, aber nicht alle. Und wir wollen in diesem Video nochmal einen Überblick uns verschaffen über die jüngsten Umfrageergebnisse. Ja, wenn wir zunächst auf Rang 1 blicken, dann gibt es da nach wie vor diesen Zweikampf zwischen der CDU auf der einen Seite und der AfD auf der anderen Seite. Man kann sagen, im Regelfall hat die CDU die Nase vorne bei den Umfrageergebnissen. Bei der Wahlkreisprognose ist der Vorsprung mit 4,5 Prozentpunkten am größten. Aber bei Insa ist es auch so, oder auch mal so, dass die AfD vorne liegt. Da hat sie zwei Prozentpunkte Vorsprung auf die CDU. Das heißt, wir müssen damit rechnen in Sachsen, dass wir zwei relativ starke Parteien haben werden, nämlich CDU und AfD. Und wer da wirklich vorne liegt, das müssen wir dann mal abwarten am Wahlsonntag. Tendenziell hat die CDU aus drei Gründen bessere Chancen auf Rang 1. Erstens, sie liegt hier bei den meisten Umfrageergebnissen vorne. Zweitens, sie stellt aktuell den amtierenden Ministerpräsidenten mit Michael Kretschmer und kann sicherlich vom Amtsbonus etwas profitieren. Und ja, drittens, kann es durchaus schon sein, dass Wählerinnen und Wähler, die eigentlich nicht die CDU wählen möchten, die CDU wählen, weil sie verhindern möchten, dass die AfD stärkste Kraft in Sachsen wird. Aber ob das dann ausreicht, um wirklich vor der AfD zu landen, müssen wir mal abwarten und uns da mal anschauen am Wahlabend. Aber tendenziell hat die CDU die etwas besseren Chancen auf Rang 1. Wie dem auch sei, wenn wir das vergleichen mit 2019, sehen wir, dass die CDU allerdings nur so mehr oder weniger das Niveau hält. Und durchaus auch Gefahr läuft, einen neuen historischen Tiefstand zu erreichen. 2019 waren die 32,1 Prozent das bis dato schlechteste Ergebnis gewesen. Und selbst wenn es ein bisschen mehr als diese 32,1 Prozent werden sollte, beziehungsweise werden sollten, dann ist es immer noch so, dass die CDU eigentlich das zweitschlechteste Ergebnis in der Geschichte einfahren wird. Also so berauschend wird das Wahlergebnis für die CDU sehr wahrscheinlich nicht werden. Bei der AfD dagegen sieht man Gewinne. Wie groß sie sind, schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Auf Rang 3 haben wir durchgehend das Bündnis Sarah Wagenknecht. Also aus dem Stand heraus wird man drittstärkste Kraft in Sachsen werden, so wie es aussieht. Und man kann das hier ganz gut sehen, bei jedem Umfrageergebnis gibt es mindestens 11 Prozent. Das heißt, man landet in der Zweistelligkeit. Irgendwo zwischen 11 und 15 Prozent dürfte das Bündnis Sarah Wagenknecht liegen. Auffällig ist da das Ergebnis von der Forschungsgruppe Wahlen. Das ist in Anführungszeichen besonders schlecht im Vergleich zu den anderen. Bei den meisten Umfrageergebnissen sind es doch so zwischen 13 und 15 Prozent. Also Rang 3 dürfte dem Bündnis Sarah Wagenknecht nicht zu nehmen sein. Und dann wird es dahinter eine ziemlich enge Kiste. Wir haben die SPD, die Grünen und die Linken. Die duellieren sich da um Rang 4, 5 und 6. Wobei man sagen muss, die Linke ist in der Regel etwas hinter SPD und Grünen. Und deswegen gibt es eher einen Zweikampf um Rang 4 zwischen der SPD und den Grünen. Aber die Platzierung wird wahrscheinlich SPD und Grünen relativ egal sein. Ihnen geht es vielmehr darum, in den Landtag einzuziehen. Und ja, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, dann gibt es für jede dieser Parteien Linke, SPD und Grünen Umfrageergebnisse, die unter 5 Prozent liegen. Und damit wäre der Einzug in den Landtag potenziell gefährdet. Insgesamt muss man allerdings sagen, hat die SPD mit normalerweise 6 bis 7 Prozent doch passable Chancen, im Landtag vertreten zu bleiben. Ja, dieses Ergebnis von der Wahlkreisprognose ist quasi die negative Ausnahme. Ja, mit 6 bis 7 Prozent würde die SPD allerdings kein so berauschendes Ergebnis einfahren und nochmal schlechter abschneiden als 2019, was das bis dato schlechteste Ergebnis in Sachsen war. Die Grünen wiederum, die kommen auf 5 bis 6 Prozent im Regelfall, werden also verlieren im Vergleich zu 2019, scheinen aber nach den Umfrageergebnissen im Landtag drinnen zu bleiben. Allerdings muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Ich kann mir auch vorstellen tatsächlich, dass die Grünen am Ende unter 5 Prozent liegen werden. Dann kommt es tatsächlich darauf ran, ob die Grünen genügend Direktmandate holen, um trotzdem bei der Sitzverteilung eine größere Beachtung zu finden. Und die Linke, die muss tatsächlich auf Direktmandate spekulieren, denn mit 3 bis im maximalen Fall 4,5 Prozent liegt sie durchgängig unter 5 Prozent und scheint den Einzug in den Landtag zumindest, was die 5-Prozent-Hürde betrifft, so nicht zu schaffen. Ja, und die FDP, die scheint draußen zu bleiben außer im Landtag. Sie wird also bei der 8. Landtagswahl in Sachsen zum 5. Mal den Einzug nicht schaffen. Sie zählt hier bei allen Umfrageergebnissen zu den sonstigen. So, schauen wir auf die Gewinne und die Verluste im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Da haben wir ein Plus stehen beim Bündnis Sarah Wagenknecht, plus 13,4 Prozentpunkte. Dann haben wir ein Plus bei der AfD da stehen, plus 2,9 Prozentpunkte. Und die CDU, die hält tatsächlich das Niveau plus 0,2 Prozentpunkte. Und bei den Verlierern haben wir die SPD minus 1,5 Prozentpunkte, die Grünen minus 3,1 Prozentpunkte, die Sonstigen minus 5,4 Prozentpunkte und die Linke liegt bei minus 6,5 Prozentpunkten. Gehen wir jetzt mal weiter zur Sitzverteilungsprognose und zu den Koalitionsoptionen. Es gibt 120 Sitze regulär im Landtag ohne Überhang und Ausgleichsmandate. Und jetzt gehe ich nochmal kurz auf das ein, was ich am Wochenende erläutert habe mit den Direktmandaten bzw. mit der Grundmandatsklausel in Sachsen. Denn die könnte für die Linke und für die Grünen von Interesse sein. Es ist nämlich so, wenn eine Partei unter 5 Prozent landet, kann sie trotzdem in den Landtag durchaus einziehen. Also wenn eine Partei ein Direktmandat gewinnt, dann gehört ihr das auch. Selbst wenn die Partei unter 5 Prozent liegt. Das heißt für die Linke, die wahrscheinlich ein Direktmandat sicher holen wird, sie wird mit einem Abgeordneten auf jeden Fall vertreten sein. Egal, ob sie jetzt bei 2 Prozent liegt, 4 Prozent liegt oder bei 3 Prozent liegt. Es ist allerdings so, es gibt eine Grundmandatsklausel in Sachsen, die besagt, dass wenn eine Partei 2 Direktmandate holt, dass sie mit ihrem Zweitstimmenergebnis bei der Sitzverteilung beachtet wird. Das heißt, dann ist die 5 Prozent-Hürde außer Kraft gesetzt für diese Parteien. Und die Linke und auch die Grünen können das schaffen. Und demzufolge kann es sein, dass es für Linke und Grüne am Ende gar nicht so wichtig ist, die 5 Prozent-Hürde zu überspringen, sondern letzten Endes nur darauf ankommt, dass die Parteien jeweils 2 Direktmandate holen. In diesem Fall, den wir uns jetzt anschauen, ist es so, dass die Linke nur ein Direktmandat holt, so wie es die Wahlkreisprognose jüngst eben angegeben hat. Und da die Linke im Schnitt unter 5 Prozent liegt, würde die Linke bei einem Sitz verbleiben. Dann haben wir das Bündnis Sarah Wagenknecht bei 18 Abgeordneten. Die SPD kommt auf 8 Sitze, die Grünen auch auf 8. Dann haben wir die CDU bei 44 Sitzen und die AfD bei 41. Und wenn wir dann auf die Koalitionsoptionen blicken, dann sehen wir, dass die Kenia-Koalition, die aktuell regiert, auf 60 Sitze kommt und genau die Hälfte der Sitze hat, aber keine absolute Mehrheit mehr hat. Und es kann natürlich eine enge Kiste werden. Das kann, wenn die CDU noch etwas zulegt zum Beispiel, dann doch reichen für die Kenia-Koalition. Aber da sind viele Fragezeichen dahinter. Und ja, es kann sein, dass die Kenia-Koalition tatsächlich nicht über eine absolute Mehrheit verfügen wird. Und dann braucht man eine andere Regierungsoption, eine andere Koalitionsoption. Und da geht eigentlich nur das BSW mit der CDU. Das wäre eine neuartige Koalition, die müsste sich erstmal bilden und finden. Das wäre halt die Alternative, die über eine absolute Mehrheit verfügt und die zumindest mal denkbar ist. Nicht gesagt, dass es am Ende auch tatsächlich passieren wird. Aber das wäre sozusagen die Möglichkeit, wenn man in so einer Paz-Situation ist, dass alle anderen Koalitionsoptionen, die bisher eingegangen worden sind, nicht über eine absolute Mehrheit verfügen würden. So, jetzt schauen wir mal auf den Fall, dass die Linke zwei Direktmandate holen würde. Dann würden ihr die 3,9 Prozent reichen, um auf 5 Sitz zu kommen. Dann reicht es für die Kenia-Koalition tatsächlich eher nicht. Da muss man dann davon ausgehen, dass es nicht reichen wird zur absoluten Mehrheit. Und selbst für BSW und CDU würde es in diesem Fall dann nicht zur absoluten Mehrheit reichen. Das heißt, dann müssten CDU und BSW, wenn sie zusammengehen wollen, noch einen weiteren Koalitionspartner suchen. Und da bietet sich am ehesten vermutlich die SPD an. Zumal die CDU mit den Grünen in Sachsen, ja, nicht so ganz grün ist, muss man sagen. Also da gibt es doch einige Streitereien und einigen Zwist. Also, BSW, SPD und CDU wären in diesem Fall dann denkbar. Und sollte die Linke die 5-Prozent-Marke doch knacken, dann würde sie auf 6 Sitz kommen. Dann geht CDU und BSW sehr wahrscheinlich nicht. Dann muss man tatsächlich über dieses Dreierbündnis hier, BSW, SPD und CDU nachdenken. Das heißt, wenn man sich das alles mal so anschaut, dann sieht es so aus, dass es in Sachsen zumindest mit den herkömmlichen Koalitionsoptionen auf eine Partsituation hinauslaufen wird. Und demzufolge neue Koalitionsoptionen eingegangen werden müssen. Und da vor allen Dingen muss dann eben eine Koalition mit dem BSW eingegangen werden. Naja, im Umkehrschluss heißt es ja auch BSW und AfD verfügen ja schon fast über die Hälfte der Sitze. Und wenn man auch die Linke dazu nimmt, sind das eben 60 Sitze, die auf diese Parteien entfallen. Das heißt, irgendwie kommt dann die CDU oder kommt dann die SPD ja gar nicht umhin, über neue Koalitionsoptionen nachzudenken. Und in diesem Fall bietet sich dann am ehesten noch das Bündnis Sarah Wagenknecht an. Ja, das soll es jetzt zum aktuellen Stand der Dinge in Sachsen gewesen sein. Und ja, so schließe ich dieses Video wie üblich mit einem Punkt ab. Und das kann man auch die Leute, ja, weil wir uns das ebenen sind. Und das kann man sagen, wenn man hier auch nicht mehr ist. Und das kann man vielleicht auch nicht mehr mit einem Punkt man die Sache. Vielen Dank.